Nochmal, was ist in dem Motorzimmer passiert? Ah, ich hatte einen Übernachtungsgutschein, dann habt ihr ihre Frau gefögelt. Sie sind echt ein Scherzkeks, was, Slow? Ja, ich schätze, deshalb heißt er schlagfertig. Sie mögen mich nicht, was? Bilden Sie sich mal nicht sein, ich mag niemanden. Bei der Einstellung verstehe ich auch, warum Sie niemanden mag. Oh, ich bitte Sie. Mich lieben alle. Fragen Sie Ihre Frau? Was ist in dem Zimmer in New York passiert? Wie war die Frage? Ein heimnisvoller Mann am Telefon. Sein Name war Faki. Wirklich? Ja, er war ein Asiate. Ich tue ihn nur ungern weh, Snow.